so nico flashbang auch in der 10er schachtel blisterkarte naja blisterkarte nun nicht aber mega geil steht da wo eine nm angabe ich habe mir die noch gar nicht richtig angeguckt nm ist angegeben mit 4 gramm so schön auf der straße ja jetzt machen wir mal einen zweiten die sind auf jeden fall lauter als die vom veco mega geil